Das Haus ist elegant. Der Garten ist wunderschön und freue mich also, dass dieser Garten so herrlich gepflegt wird. Wir haben eine sehr liebevolle, versierte, höfliche Pflege. Sehr aufmerksam. Die Betreuung hier unten im Restaurant ist auch vorbildlich. Niemals hat jemand schlechte Laune von den Damen, die uns hier bei Tische betreuen. Das ist schon schön.